Die haben mir erzählt, dass du irgendwas für mich gesagt hast, dass du dir am Treffen wirst. Das ist ja Geil. Das war ein geiler Name. Das ist ein sehr horny Name. Ja, die sagen ja alle, dass ich... Ich weiß ihn, mein Freund. Kennst du ihn? Mo Oba. FIFA World Champion. Du denkst, wie du bist? Er spielt das Spiel mit meinem Gesicht. Ja, aber du spielst. Ich spielte Trent drei Tage. Und er sagt, du bist sehr gut. Ich versuche, dass du richtig bist. Ich bin besser als der Boss. Das ist einfach, weil er immer eine Strecke hat. Wenn er nicht gut wäre, wäre das wirklich gut. Aber du kannst heute spielen. Nein, ich bin derjenige, der sich selbst verbringt. Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob wir beim nächsten Turnier zusammenarbeiten. Aber ich sage, du spielst. Das bist du. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ich bin richtig gut vorbereitet. Ich bin richtig gut vorbereitet. Okay. One more, please. Great. Und jetzt sind neun Team aufs Spiel zusammen. Genau. Ich weine. Wo weißt du das denn? Ich habe das gelesen. Es ist nicht im Kicker. Es ist im Formel. Es ist in der Bildschirm. Ich habe keine Ahnung von deinem Spiel. Ich kann es nicht spielen. Aber ich bin interessiert an einem geilen Typ. Ich bin richtig gut. Aber ganz kurz. Ich bin eine andere Generation. Ja, ja. Er lebt davon. Beide? Ja, ja. Beide und ganz gut. Ja. Er ist so entwickelt. Also, Fußballerleben natürlich besser. Aber es passt schon. Ja, ja. Er ist so, glaube ich, wie so ein Zweitligaspieler. Das ist schon gut. Mehr als ich damals. Als ich noch gespielt habe. Ja. Ich habe 4.000 Ocken in Mainz gekickt. Das ist bei einem Jahr, ja.